Das Beste kommt zum Schloss, geht in die zweite Runde. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr feiern wir am 1. Juli-Wochenende wieder ein musikalisches und kulinarisches Fest der Sinne vor historischer Kulisse. Den Start macht die Pink Floyd Tribute Band Echoes, die das Erbe der legendären Band zum Herzen des Main-Kinzig-Kreises tragen wird. Weiter geht's mit der international bekannten Urban Club Band aus Frankfurt, DJ Springer und einer beeindruckenden Lasershow. Und beim großen Bürgerfest kann rund um Schloss Wächtersbach die ganze Familie was erleben. Denn das Beste kommt zum Schloss.